Hallihallo meine steinigen Clownies und herzlich willkommen zurück zu Die Zwerge! Ja, nach unserem letzten Mal verkackendauernd zu, sind wir jetzt unterwegs in die Zwergenhauptstadt, aber werden halt verfolgt von Orkhorn. Das heißt, wir müssen uns langsam gut wegbewegen, dass uns die Orkhorn vielleicht nicht bekommen. Die verfolgen uns aber richtig hart. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreiseentfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Ja, supi, da waren die Orks schon hier. Und haben da alles kalt gemacht. Aber wir haben auch noch direkt eine Orkhorde hinter uns, das ist auch nicht gut. Müssen wir jetzt gleich echt mal schauen. Na komm, lad zu. 60%, 75%, und, und, und. Na komm, dankeschön. Aber jetzt ist sogar Jerome dabei. Der hüpft auch schon mit rumgezählt. Das sieht komplett aus. Was denn jetzt? Wo sind alle? Hallo? Jemand hier? Ihr schreckt alle zusammen. Du schaust Boindil wütend an. Er zuckt entschuldigend die Schultern. Hm. Na ja, okay. Äh, ich hab da vorne eine Leiche gefunden. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Pasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen, wenn sie es denn noch könnten. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Orkanführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras. So treffen wir uns wieder, Tundil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. Okay. Wir müssen Kampf starten. Natürlich, wachen alle wieder aufwärts hier. Scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. War mal ja übelst hier. Keiner wenige. Ach, ach, ach. Oh Gott. Ander Verlag. So, wir heilen uns mal nix. Wieder weg. Oh, ich war ein kleines Schweinchen. Oh, ich war ein kleines Schweinchen. Oh, es ist. Immer mehr. Zu einfach. Und weiter. Dann, eine weniger. Zu einfach. Fuck. Hm. Und jetzt? Wo ist er denn, der Andukai? Und hier kriegt man mal da noch eine Zock. Und hier kriegt man da noch eine Zock. Rückzug zurück! Verdammt! Warum seid ihr hier? Und warum könnt ihr noch Magie benutzen? Dein Meister hat ausgerechnet die am Leben gelassen, die man am wenigsten als Feind haben will. Husch husch, kleiner Alp. Flieh! Dieses Mal hat euch eure Magie gerettet. Aber beim nächsten Mal werde ich vorbereitet sein. Ich habe genug vom Kämpfen. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Ich habe den Alp schön aufs Maul gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass es gut läuft. Aber nach einer Zeit werden wir vielleicht auch stärker dann. Und wir haben ja auch endlich mal Andokai's Magie nutzen können in der Zeit. Das war ganz gut. So. Wer hat der Level abgekriegt? Der Bräundal. So. Da sind wir, ja? Oga tot. Hallo, ich will in die Stadt Oga tot. Komme ich da jetzt hin oder nicht? Oder ist... Ah, davor ist nochmal ein Punkt. Äh, hallo? Äh. Ah, ich kriege die Krise im Moment hier hin. So. Seit Tagen zieht ihr durch die Wüste. Der Sand ist einfach überall. In euren Schuhen, unter eurer Kleidung, in eurem Mund und euren Augen. Selbst die behelfsmäßigen Stoffe, die ihr euch um den Kopf gewickelt habt, helfen nur bedingt. So, da ist noch eine Ohrkorde, aber wir sind dann oben in der Festung jetzt. Mit letzter Kraft verlasst ihr endlich den 40 Meilen breiten Sandstreifen, der euch noch von Oga tot trennt. Es ist, als würdet ihr durch eine Wand treten, als das Toben des Windes und Sands plötzlich verstummt. Vor euch ragt ein gewaltiges Bergmassiv in die Höhe. Das blaue Gebirge. Die Berghänge werfen lange Schatten auf die darunter liegende Festung Oga tot, welche sich an die Ausläufer des Gebirges schmiegt. Mit ihren vier untereinander liegenden Verteidigungsterrassen sieht sie selbst aus der Ferne beeindruckend aus. Mit jedem Schritt wächst deine Vorfreude, zum ersten Mal eine echte Zwergenfestung zu betreten und du fühlst, wie die Kraft in deine Glieder zurückkehrt. Es ist fast geschafft. Trophäe erhalten die Festung Oga tot. Na los, komm dazu. So, 75 Prozent haben wir. Dauert es ja nicht mehr lange. Mein Großkönig, hier stehe ich vor dir, weil du mich gerufen hast, um dir auf den Thron nachzufolgen. Zeige. Bevor du zum Nachfolger des Großkönigs gewählt wirst, höre, welche Herausforderungen auf dich warten. Orkhorden ziehen durch den Norden und den Westen und das tote Land regt sich. Anscheinend können die Zauberer die Barrieren nicht aufrechterhalten. Das beschert uns die einmalige Gelegenheit, die letzten Elben in Alandur anzugreifen. Sie sind geschwächt, das tote Land setzt ihnen zu. Lasst uns die Verräter ein für alle Mal vernichten. Ja, richtig, genau. Hört, hört. Wahnsinn, was redest du da? Ich erkenne dich nicht wieder, König Ganduga. Die Elben sind Bewohner des geborgenen Landes. Hat dein Hass auf sie deinen Verstand getrübt, dass du dich über die Worte unseres Gottes hinwegsetzen willst? Weil Endilins Blick fällt wie beiläufig auf den Berater des Königs der Vierten. Oder berät dich jemand schlecht? Im Gegenteil. Es war Bislipur, der mir endlich den Beweis lieferte. Ein Bericht mit dem Titel, wie die Fünften das Tor verloren. Es waren die Elben, die die tapferen Krieger der Fünften in ihrer Festung vergifteten. Eine hinterhältige Krankheit, verbreitet von Spitzohren in den Schächten des Grauen Gebirges. Ich habe es ihnen einfach zu tun. Ich nicht. Verrat. Hört den Spitzohren. Möglich. Dafür sollen sie zahlen. Genug. Ihr Kurzsichtigen. Es geht um die Sicherheit des geborgenen Landes. Wir müssen über unseren Schatten springen und ein großes Bündnis schmieden. Mit den Elben. Ja, und sogar mit den Dritten. Wenn wir das tote Land besiegen wollen. Mein Großkönig. Das kann nicht euer Ernst sein. Der Fasel von einem Zwerg, der in seinem Amt zu alt geworden ist. Sind wir nicht hier, um einen neuen Großkönig zu wählen? Wir haben lange genug gewartet. Wie es scheint, werdet ihr noch etwas länger warten müssen. Der zweite Anwärter ist eingetroffen. Unsere Gäste müssen müde sein von ihrer langen Reise. Die Ratssitzung ist bis morgen vertagt. Tungil soll also auch Großkönig werden. Das ist jetzt sehr interessant. Da schauen wir einfach mal. Die Ratssitzung ist bis heute. Aber wie kommt ihr darauf, wie ich sei... Es wird sich alles klären. Ich habe dir ein Zimmer herrichten lassen. Bevor du dich hinlegst, statte bitte dem Großkönig und mir einen Besuch im Thronsaal ab. Ähm, okay. Ah, eure Hoheit! Einige von uns hat er auch zu Kriegern gemacht. Boendal wirft seinem Bruder einen Blick zu und dieser lächelt zufrieden, während er sich selber in der Halle umsieht. Thronanwärter? Raus mit der Sprache, was wusstet ihr? Ein leicht schuldbewusster Ausdruck huscht über Boendils Gesicht. Doch schnell ist er wieder ganz der Alte. Ein Gelehrter als Großkönig hat doch was. Unsere Stimmen sind dir schon mal sicher. Boendal nickt zustimmend. Als Großkönig könntest du die Clans vereinen und sie dazu bringen, gegen Nord-On zu ziehen. Du blickst deine Freunde an und bist dir nicht ganz sicher, ob sie dich verschaukeln wollen oder nicht. Ich, ich kann kein Großkönig sein. Ich habe all mein Wissen doch nur aus Büchern und ihr, ihr verschaukelt mich nur, oder? Das Grinsen der Zwillinge wird immer breiter und es scheint, als könnten sie sich kaum noch beherrschen. Sprich einfach mit Großkönig Gundrabur und Balendilin. Sie werden dir alles erklären. Großkönig Gundrabur wirkt. Nun ja. Alt ist er. Uralt. Selbst für einen Zwerg. Solange ich denken kann, war er schon alt. Balendilin kümmert sich seit dutzenden Zyklen um die meisten Belange. Aber Gundrabur hat immer das letzte Wort. Geistig ist er jünger als wir alle. Ich sage es dir. Balendilin sollte Großkönig werden. Ich war dabei, als er das Schweineschnauze ihm seinen Arm genommen hat. Hat danach noch ein halbes Dutzend von ihnen erlegt. Was für ein Kampfgeist. Wir mussten ihn vom Schlachtfeld tragen. Das Gesetz verlangt, dass ein Erster oder ein Vierter zum neuen König aller Zwerge gewählt werden muss. Und da die Ersten nicht erschienen sind... Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Man kann den Boden nur erahnen. Als die Zweiten das blaue Gebirge zu ihrer Heimat ernannt haben, gab es hier nur hartes Gestein und einige kleine Höhlen. Fantastisch. Das ist echt ein Meisterwerk, was hier passiert ist. Da stehen Wachen. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal nochmal in den Drohnensaal nochmal mit denen quatschen. Und gucken, was die von uns wollen. Nochmal rein hier. Betritt den Drohnensaal. So. Betritt man nochmal fix den Drohnensaal. Und gucken, was die von uns wollen. Ja, weil... Weil Tungil als Drohnenwärter verschaukeln die ein oder wollen die das ernst. Das sehen wir jetzt gleich. So. Die Drohensaalmusik ist schon da. Tungil, komm her. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Loth-Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandoga aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Loth-Ionan halfe uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Loth-Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Was für ein Spiel wird hier gespielt. Gandoga als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Valentilin deutet zu den Stählen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Ich verstehe, warum er einen Großkönig Gandogar verhindern wollte. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind, desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tumdeh. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, die man Not-On besiegen kann. Sie vermutet, dass der Marvus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für Wortgewand gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Betrachte Vrakas Statue. Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat, wurde von eben diesen Zwergen seinerseits in Stein gehauen. Eine meisterhafte Arbeit, wie nur die Steinmetze der Zweiten sie heute noch vollbringen können. Schön. Freut mich. Äh, so. Wir müssen also jetzt erst mal hier raus wieder. Und dann kriegt man ja noch eine Rüstung, die eines Prinzen würdig ist. Da müssen wir dann einfach mal schauen. Erstmal ladet's wieder. So. Ah, Tumdeal. Was gibt's? Der Großkönig und sein Berater wissen auch nicht, woher ich schlamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Alles klar. Immer noch das Schwarzbier im glühenden Amboss. So. Wo geht's hier hin? Betritt deine Kammer. Alles klar. Gehen wir jetzt mal in meine Kammer rein. La, 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 la. Je größer die Freundschaft zwischen zwei Charakteren, desto höher die Chance, dass auch der Freund AP bekommt, wenn man selber welche erhält. Das hört sich gut an. Das hört sich echt gut an. Andokai, was gibt es? Ich bin gekommen, um dir die hier zurückzugeben. Ich konnte sie entziffern, größtenteils. Du hast die Marga dabei beobachtet, wie sie sich auf eurer Flucht immer wieder Zeit genommen hat, die Bücher zu studieren. Es sind Aufzeichnungen aus dem jenseitigen Land. Sie berichten von dämonischen Wesen aus dem öden Land, die von Menschen Besitz ergreifen können und ihnen große Macht verleihen. Zum Beispiel Unsterblichkeit? Die Marga nickt ernst. Es wird von einer Axt berichtet, geschmiedet von den Untergründigen, Feuerklinge genannt. Sie soll die Macht haben, durch Fleisch und Knochen des Lebenden zu schneiden und das Dämonische in seinem Innersten gänzlich zu vernichten. Ihr denkt also, ein Dämon aus dem jenseitigen Land hat von Nulin Besitz ergriffen? Er sah sehr verändert aus, als ich ihm in Porista begegnete. Und er ist auferstanden, obwohl ihr ihm den Kopf abgeschlagen habt. Das lässt sich nicht mit der Macht des toten Landes erklären. Und er wollte verhindern, dass uns diese Bücher in die Hände fallen. Das wäre nur verständlich, wenn die Feuerklinge die Macht hätte, ihn zu besiegen. Wo befindet sich diese Feuerklinge? Ich weiß nicht, ob diese Waffe jemals geschmiedet wurde. Sie benötigt seltene Materialien und meisterhafte Handwerkskunst. Der reinste, härteste Stahl, runenverzierte Widerhaken aus Stein, ein Griff aus Sigodazienholz, Intarsien aus allen edlen Metallen, die Schneide mit Diamanten besetzt, geschmiedet in der heißesten Esse. Wir sind Zwerge, wir haben die talentiertesten Handwerker. Und du hast das Sigodazienholz. Es ist bei den Gegenständen in deinem Rucksack, zum Glück. Denn Sigodazien gibt es keine mehr im geborgenen Land. Aber selbst wenn es euch gelänge, die Axt zu schmieden, es könnte alles nur ein Märchen sein. Zu wenig, um unser Leben darauf zu verwetten. Kennt ihr diese Untergründigen? Von den Untergründigen habe ich noch nicht gehört. Aber im jenseitigen Land war ich bereits. Es muss schrecklich sein. Seit tausenden Zyklen marschieren von dort die Hordentions gegen unsere Föstungen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sicherer als ein Land, in dem ein von einem Dämon besessener Magus herumläuft, ist es allemal. Die fehlenden Materialien können wir hier in der Festung bekommen. Genau wie ein Edelsteinschleifer. Schließlich sind Gandoga und seine Vierten hier. Einen Steinmetz der Zweiten und ich kann schmieden. Die Marga betrachtet dich nachdenklich und kurz scheint es, als würde dein Enthusiasmus eine Wirkung auf sie haben. Doch dann sagt sie... Ich wünsche dir viel Glück, Tungil. Ihr wollt noch immer das geborgene Land verlassen? Aber was wird aus eurem Reich? Und all den anderen Reichen? Ich bewundere deinen Optimismus, mein Freund. Doch es ist nicht klug, sich einem rollenden Fels in den Weg zu stellen. Es widerstrebt mir, mein Reich aufzugeben. Aber ich glaube, ich könnte nicht mehr erreichen, als das Leiden unnötig zu verlängern. Aber du willst die letzte Marga des geborgenen Landes nicht ziehen lassen. Leider fällt dir nichts ein, was sie zum Bleiben bewegen könnte. Meinen Dank, Ihren werte Marga, für alles, was ihr getan habt. Verschiedene Käsesorten, ein dritte Ölenpilze, geröstetes Stollenmoos und einige Dauerwürste. Allein der intensive Geruch des Käses lässt dir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sie wird Dazienholz. Es ist sehr selten. Vermutlich wollte Lothion alles untersuchen oder damit experimentieren. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. So, dann schlafen wir mal mit den armen Tungiel, ne? Schön, Heiermann. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungiel, Bolofar? Genauso wie eine Schlange im edlen Gewand trotzdem noch eine Schlange ist. Deine Frage ignorierend mustert Bislepur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst. Dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Beweise? So wie euer Brief, der nach über tausend Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. So, wir bänden jetzt aber erst mal den Part hier und machen dann einfach im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.